Auf Muskelmann Rolf-Günther-Felcher-Martinez dürfte selbst CR7 neidisch sein. Der 30-jährige Neuzugang von Zweitligist Würzburger Kickers promotet sich und vor allem seinen Körper fleißig auf Instagram. Der Rechtsverteidiger wurde in der Schweiz geboren, spielt aber für die Nationalmannschaft von Venezuela. Ein extrovertierter Typ, der vom Größen der Großen gelernt hat. Zlatan Ibrahimovic, dem Meister der Selbstinszenierung. Sie spielten gemeinsam bei Los Angeles Galaxy. Mit Ibra in Hollywood, Felscher steht für Glamour. Also vor allem sein Körper. Manchmal zeigt der fesche Felscher aber auch seine ganz normale Seite. Hier zum Beispiel bringt er Tochter Kim Aileen das Fahrradfahren bei. Und klar, die Muskeln blitzen. Den Rücken hat er sich übrigens verzieren lassen. Da vergisst man fast, dass der gute Mann eigentlich fürs Kicken bezahlt wird. In Deutschland war er übrigens schon mal, zwischen 2014 und 2016 beim MSV Duisburg. Später in Spanien, Wales und den USA. Und jetzt eben Würzburg. Schöne Stadt, keine Frage, aber vom Bling-Bling-Faktor her eher durchschnittlich. Gut, dass es Felscher gibt. Der dreht auch weiterhin den Swag auf und lässt die Muskeln spielen.